Dann werden wir jetzt mal hier belagern. Das dauert neun Monate. Das heißt, die Armee wird jetzt hier wieder so lange auf uns zulaufen, bis wir wahrscheinlich nicht mehr genügend Truppen haben, um weiter belagern zu können. So wie sie es immer macht. Wird er gleich wieder umdrehen dann. Ja. Ärgerlicherweise. Ich hoffe, wir können ihn relativ schnell kaputt machen. Und ich hoffe, wir haben nicht so viel Verluste. 500 ist noch ganz okay. Wir brauchen für die Belagerung 275. Ja, das sollte sein. Meine Höflinge verheirate ich eigentlich nie. Also ich brauche wirklich irgendjemanden mal. Aber verheirate ich grundsätzlich nie. Ich will da irgendwie ein bisschen so Zufälligkeit noch mit drin haben. Damit ich... Ich will mir nicht immer die guten Höflinge heranziehen, weil irgendwie dann der Spaß verloren geht, wenn du dich über Höflinge ärgerst, die vielleicht nicht so gute Eigenschaften haben. So, können wir hier jemanden... Sieh Gold. Naja. Wir warten mal kurz. Habe ich seine Einheit jetzt komplett vernichtet? Ah, okay. Also. Isle of Man wird erweitert mit der Grafschaft von Leicester. Das freut mich sehr. Wir könnten natürlich auch gleich hier... Was ist hier oben los? Wir könnten natürlich gleich hier dann auch noch Düfett angreifen. Aber der hat ein bisschen mehr Truppen. Also wir werden das hier etwas stabilisieren dann. Und dann geht es hier ab. Ich fühle mich zurückversetzt wie im Tutorial, wo du jetzt quasi Irland komplett dann eroberst. Die Feinheiten der Diplomatie. Mein Mündel Sigtryd hat eine Lektion im Umgang mit Vasallen erhalten. Es war notwendigerweise ein recht vielschichtiger Lerninhalt. Doch vielleicht überstieg er etwas die Möglichkeiten von ihm. Äh, geduldig könnte er werden. Ja, ich werde definitiv hier keine Anspannung für dieses Mündel von meinem Leedsherrn in Kauf nehmen. Das könnte aber sowas von schnell knicken. Natürlich wird er geduldig. Gesellig geduldig nachdenklich. Das ist richtig ein herzensguter Junge ist das hier. Meine Güte. Der bestausgebildetste Junge. So, unser Leedsherr hier oben verliert mal wieder. Wer hätte das gedacht? Es wird Zeit zum Abdanken. Jetzt hat er bald nur noch so viel Truppen wie wir. So, wir sind jetzt schon im Minus beim Prestige. Wir werden in den Krieg gerufen. Und um was geht es hier? Sehr land. Wir werden einen kurzen Abstecher dann machen natürlich. Aber erst mal gucken. Also, es geht gegen Jarl Eirikir Bakseksson von Schleswig und Jarl Fierik von Jylland. Und es geht um Häuptlingstum von Forbasse. Als Zugereister weiß ich natürlich nicht, um was es hier geht. Um das hier. Ja, stelle ich mir aber jetzt gar nicht mal so einfach vor, oder? 600, doch. 600, das schafft er auch alleine. Also, wir stimmen natürlich zu. Wir nehmen natürlich teil. Aber nehmen auch nicht teil. Wenn er versteht, was ich meine. Oh, ich sehe gerade. Ach, ist das hier geteilt? Moment mal eben. Er ist hier schon am Kämpfen, ne? Der Krieg läuft ja offenbar schon längere Zeit. Seit fünf Monaten schon. Ah, okay. Deswegen stehen hier die ganzen Truppen schon herum. So, Kleinvieh macht auch Mist, 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 eine Viehherde. Wir können uns eine ganz normale Viehherde für Entwicklung holen. Wir können aber auch die 80% nutzen für eine große Viehherde. Oder wir holen uns einfach 50 Gold. In Anbetracht dessen, dass für unsere Stammeschaft hier die Entwicklung eigentlich egal ist, holen wir uns natürlich das Geld. 50 Gold haben und 50 Gold nicht haben. Ne? Muss man erst mal gucken. So, jetzt stehen hier immer noch 45 Einheiten herum. Fünf Champions und 40 leichte Infanterie. Erwartet auf die friedliche Übergangabe von Leinstar an uns. So soll es sein. Und wir trauern um unseren Pionier. Jetzt greifst er nochmal an. Echt jetzt? Jetzt, wo die Belagerung in 14 Tagen vorbei ist. Können wir uns mal kurz unser Schild anschauen? Guckt euch mal unser schönes Schild an. Leider überdeckt von ganz vielen Anzeigen. Man sieht es so nicht. Aber es ist ein schönes Schild. Jetzt hat er mitbekommen, dass du selbst Kriegsführst. Da muss er natürlich sofort in den Krieg rufen. Ist irgendwie immer so. Ist das so? Habe ich gar nicht so das Gefühl. Weil eigentlich wäre es ja sinnvoller, wenn wir nicht im Krieg wären dann. So, können wir denn jetzt hier? Wir haben noch jemanden gefangen genommen. Aber ich glaube, da fehlt es an Geld jetzt. Oder doch, 50 Gold kann er sich selbst freikaufen und dann wieder abgesetzt. Okay, er kauft sich selbst frei, wird dann abgesetzt. Hier ist aktuell. Oh, der hat kein Geld mehr oder was? Er hat eigentlich 200 Gold und will seine Ehefrau nicht freikaufen? Tatsächlich. Oh Mann. Jetzt hätte er wieder genug Geld, aber er will die Ehefrau nicht freikaufen. So. Der Krieg ist vorbei. Alle jubeln. Selbst Leinster ist begeistert, dass wir hier Fuß reingesetzt haben. Wir bekommen ein bisschen Prestige. Oder auch nicht. 75 Prestige. Ich dachte eigentlich, ich bekomme Prestige. Offenbar nicht. Das Frau im Kerker ist auch eine wirkungsvolle Verhütungsmethode. Ist aber gemein. Ist aber sehr gemein. Wenn die Ehefrau hier so leiden muss bei uns. Wobei bei uns geht es ihr gut. Wir haben ein tolles Gefängnis. Und sie hat hier quasi ein wunderschönes Leben. Und ja, wenn er will, dann kann er sie auslösen. Ach Mist, jetzt ist hier vorne Düffet von uns gegangen. Sehr enttäuschend. Na gut. Das heißt aber jetzt hier ist wahrscheinlich wieder ein bisschen Stinke. Ja. Gemeindekontrolle ist 0. Volksbeinung minus 19. Kraut und Rüben ist hier. Das heißt, wir schicken unseren Kontrolleur mal kurz zum Kontrollieren hier rüber. Dann wird sich der hier um die Kontrolle kümmern. Und ansonsten gehört uns hier eine neue Region. inklusive einem Stamm, inklusive einem Handelsaußenposten und zwei Kirchen. Das ist fantastisch. Das ist richtig gut. Das heißt, wir haben jetzt hier. Ach, die werden gar nicht aufgelistet. Äh. Ich dachte, dass die Kirchenbasallen hier auch aufgelistet werden. Der Bersi ist hier zwar drin, aber er wird hier nicht angezeigt. Na gut. Okay. Sieht doch schon mal ganz ordentlich aus, oder? So für, wie lange haben wir jetzt gespielt? Drei Stunden? Für drei Stunden bei dem schlimmen Start hier oben. Gar nicht mal so schlecht. Wir bekommen ein bisschen mehr Truppen jetzt dazu, denke ich mal. Äh. Prestige. Demnächst auch wieder, sobald wir unsere Truppen aufgefüllt haben. Dauert noch ein bisschen. Und ich würde mal sagen, zur Feier des Tages spricht jetzt gar nichts dagegen, dass wir zum einen... Oh, wir müssen auf alle Fälle auch hier was bauen noch. Wir müssen auch hier noch was bauen. Wir haben jetzt... Ah, jetzt habe ich wieder kein Prestige. Wir haben jetzt so günstige Preise, ne? Ich würde ja auch gerne einen Handelsaußenposten bauen. Für mehr Geld. Auf der anderen Seite 150 mehr Aufgebote ist auch nicht schlecht. Ah, wäre schon auch ganz gut. Und Prestige noch dazu? Ah, schwierig. Aber was wir machen ist, wir werden hier was bauen, aber wir werden auch noch ein Festmahl veranstalten. Und ich wollte eigentlich auch auf Pilgerreise gehen, aber das geht im Krieg nicht. Dieser Krieg hier drüben wird zugunsten unseres Verbündeten ausgehen. tippe ich jetzt einfach mal, weil er hier die Überzahl hat. Auf der anderen Seite, wenn die sich zusammenschließen, vielleicht mit ein bisschen Glück könnte er auch Pech haben. So, Leviathan, es zähmt sich als Häuptling Zeit auf See zu verbringen. Mit der salzigen Brise im Gesicht, feinen Planken unter den Füßen. Ja, wir sind mal wieder unterwegs auf einer kleinen Schiffsfahrt. Der Gesichtsausdruck ist ja fantastisch. Die größte Bestie der Tiefeneinwahl wurde gesichtet. Holt die Harpunen. Acht Prozent Chance, dass wir 100 Gold bekommen. 92 Prozent, dass wir Prestige verlieren. Ja. Acht Prozent sind leider nicht 100 Prozent. Wir könnten so jetzt 50 Gold bekommen. Oder 75 Bestiege. Ich hätte mal gesagt, Gold ist jetzt schon ganz gut da. Wir holen uns jetzt lieber mal Prestigepunkte. Wunderbares Event, das wir jetzt hier bekommen haben. Sieht seekrank aus, ja. Das liegt daran, dass er so abgenommen hat jetzt hier. Hätte er noch ein bisschen mehr Fülle, ne? Wäre das kein Problem. Boah, guck dir das an hier. 500 hat er jetzt nur noch. Alter, ist das, also der war immer so stark, habe ich das Gefühl. Neben der Durchgänger hier oben hat der Iva irgendwie dominiert. Und jetzt verliert er alles. Jetzt, wo wir als Vassalje mit dabei sind. Also, wir feiern ein kleines Fest. Zu Ehren von uns selbst. Ich hoffe, da hat niemand was dagegen. 25 Gold können wir uns leisten. Und vielleicht mit ein bisschen Glück bekommen wir sogar noch etwas Prestige mit dazu. Ein wunderbares Festmahl. Mal gucken, wer da überhaupt jetzt mit dabei ist in diesem Fest. Ich fasse es nicht. Trotz meiner Einladungen und Vorbereitungen taucht kein einziger Gast bei meinem Festmahl auf. Sei es drum, werde ich das Essen und den Wein eben alleine genießen. Und der Widerhalt meiner Schritte in der ganzen, äh, in der großen Halle reicht mir völlig als Gesellschaft. Naja, vielleicht sind wir auch ein bisschen introvertiert. Da ist man ja auch ganz gerne alleine. Von daher, guckt euch mal die festlich gedeckten Tische hier hinten im Hintergrund an. Da können wir uns jetzt quasi komplett durchmampfen. Ich hätte halt gehofft, na, ich meine, wir haben keine Vasallen, ist ja klar. Dass da niemand kommt. Aber es hat halt auch geheißen, für einen Lehnsherr wäre es ganz gut. Wo stand das denn hier? Ein Herrscher wird seinen Lehnsherrn und seinen Vasallen zu einem Festmahl einladen. Ja, also oftmals der Lehnsherr ist nicht gekommen. Vasallen haben wir keine. Ich hätte halt gehofft, dass vielleicht dann irgendwie noch die Ratsmitglieder kommen. Na gut. Wir erhalten 20 Anspannung. Schön. Einmal mal schön 25 Gold für nichts rausgeschmissen. Einmal durchatmen. Ist okay. Ist okay. So, wir warten mal, dass die Aufgebote sich wieder füllen. Und, ja, wenn wir mit allen Truppen dann wieder auf Plündertour gehen, kostet uns das gleich wieder viel Prestige. Das ist natürlich ärgerlich. So, ein Hofarzt wäre aktuell, äh, boah, Gude Bersi wäre dafür geeignet. Schlecht geeignet. Kostet uns 0,02. Könnte man sich jetzt leisten, oder? Und vielleicht auch einen Zeugwart. Aber Zeugwart, der Waldemar, schlecht. Besser wird es halt nicht. Dann wären wir bei 0,05. Ich glaube, das können wir uns leisten momentan. Wir holen uns mal einen Hofarzt. Der Gude Bersi ist halt schon 52, ne? Ich hätte da jetzt ja lieber auf einen Jüngeren gesetzt. Aber der Waldemar, der Waldemar soll ja unser Zeugwart werden. Kostet mich das jetzt auch Prestige? Nein. So. Gut. Und, äh, wenn wir jetzt ein Artefakt in Auftrag geben, kostet mich das 100 Gold. Ich würde mal sagen, zur Feier des Tages. Wir haben jetzt ein erstes, eine erste Region erobert. Zu unserer Feier ist leider niemand gekommen. Das heißt, wir haben jetzt alles selbst gegessen, selbst getrunken und beschenken uns jetzt quasi mit einer neuen Grafikkarte. Im Mittelalter ist das ein neues Artefakt. Das heißt, wir investieren jetzt die 100 Gold. Meine Frau kam auch nicht, weil Minderjährig. Ey, Wollort. Wir spielen auf der Insel Isle of Man. Spielen wir. Ja, gut. 100 Gold ist schon echt viel, ne? Für unsere Verhältnisse. Aber die gönnen wir uns jetzt. Ich bin mir sicher, wir bekommen ein fantastisches Artefakt. Die Frage ist, welches Artefakt ist für uns gut geeignet? Ähm, eine Insignie, eine Krone, eine Rüstung oder eine Waffe? Bitte mal in den Chat, da überlasse ich euch jetzt mal die Wahl. Eins für Waffe, zwei für Rüstung, drei für Krone, vier für Insignie. Eins für Waffe, zwei für Rüstung, drei für Krone und vier für Insignie. Bitte in den Chat. Und basierend darauf, was da am meisten gemacht wird. Oh, jetzt kommt da auch noch ein Raid. Die können dann gleich auch mit abstimmen. Wunderbar. Ich warte mal kurz, bis die da sind. Und ihr könnt ja schon mal abstimmen. Drei ist jetzt ganz häufig da, eine Krone. Äh, lieber Ranger, ich weiß nicht, ob du schon da bist. Vielen, vielen Dank für den Raid. Und herzlich willkommen an die Leute vom Ranger. Ich glaube, ihr kommt aus der Zukunft, wenn mich nicht alles täuscht. Hey Ranger, Dankeschön für den Raid. Und willkommen aus der Zukunft, ne? Denk ich mal. Ich glaube, ihr seid mit den Schiffen herumgeflogen. Äh, ich mach mal kurz, äh, wie war das? Shoutout. Ich bin so schlecht in so. Aber ich glaub, so war es, ne? So. Ja, er hat, er hat richtig gut funktioniert. Ah, okay. Ich glaub, so ist es richtig. Also, guckt gerne mal beim Ranger vorbei. Macht Strategie-Content. Ich hab gehört, auch ab und zu mal erfolgreich. Und, äh, spielt auch ganz gerne Paradox-Spiele. Und jetzt hat er, äh, Cosmo-Tier gespielt. Genau. In der Zukunft quasi. Und, äh, jetzt seid ihr in der Vergangenheit hier mit Crusader Kings gelandet. Und wir spielen hier den, äh, kleinen Häuptling Gorm von Mönn am Yip gestartet. Und, äh, der hat sich zum Ziel gesetzt, dass er gerne Kaiser werden möchte. Ob er das schafft, weiß noch niemand. Wir feiern gerade den ersten Erfolg hier. Mit, äh, der ersten Eroberung hier unten. Schwer erkauft, teuer erkauft, aber erfolgreich. Und, äh, jetzt haben wir gedacht, aufgrund dessen feiern wir ein kleines Fest. Leider ist niemand zu unserem Fest gekommen. Das hat ein bisschen Anspannung verursacht. Und, äh, wir wollten uns daraufhin jetzt was Gutes tun und ein Artefakt schmieden. Und gerade eben, als der Raid reinkam, habe ich noch nachgefragt, was wir uns für ein Artefakt schmieden lassen wollen. Mach's gut, Ranger. Dankeschön nochmal. Und, schönes Wochenende. Und, äh, da war es jetzt so 1 für Waffe, 2 für Rüstung, 3 für Krone und 4 für Insignie. Und, ich glaube gesehen zu haben, dass die 3 ganz häufig vorkam, oder? Könnt gerne nochmal ein bisschen reinschreiben in den Chat. Aber die 3 war schon ziemlich weit vorne, wenn ich das richtig gesehen habe. Jetzt kommt natürlich die 4 als erstes. Hahaha. 3 nochmal. Okay, 4. Ich hätte das wahrscheinlich über eine richtige Abstimmung machen sollen. Weil jetzt muss ich das so nach Gefühl beurteilen. Und. Aber da sind jetzt auch wieder einige Dreier dabei, ne? Also wir machen 3, komm. Wir machen, äh, ein, wir sind ja kein Krieger. Wir sind ja weit davon entfernt, ein, äh, Krieger zu sein, ne? Das heißt, eine Waffe macht jetzt eher weniger Sinn. Eine Rüstung auch weniger Sinn. Aber was Sinn macht, ist natürlich eine Krone auf unserem erlesenen Haupt mit der wunderbaren Frisur. Und dafür investieren wir jetzt mit 100 Goldstücken. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das funktioniert. So. Ob wir was Gutes rausbekommen. Wir haben die Gynisweth, die jetzt hier das offenbar fertigt. Sie ist auf alle Fälle fleißig, gesellig. Naja, wir gucken mal, ob sie uns was Schönes fabriziert. Wir haben weiterhin, was ist hier los? Werden wir geplündert? Ne. Wir haben weiterhin unseren Bündniskrieg hier drüben noch. Der hin und her wiegt, wenn ich das richtig sehe. Einmal belagert hier der, dann der andere wieder, dann der wieder woanders. Also sollte er uns jetzt hier nochmal anrufen, dass wir doch mitmachen sollen. Dann werden wir mal kurz Truppen rüberschicken. Ansonsten kann er sich erstmal alleine darum kümmern. So. Meine Begünstigte, die Gynisweth tritt mit gedankenvoller Mine an mich heran. Habt ihr jemanden, der euch besonders nahe steht? Okay, wir haben nur den Allvater oder niemanden. Okay. Da wir nicht unbedingt viel Frömmigkeit brauchen, gehen wir auf die Testisepunkte. Wir brauchen keine Widmung. Es muss einfach nur eine tolle Krone sein, die funkelt. Und alles andere ist egal. Und alles andere ist egal.